Ah, juhu, es hat geklappt! Denn meine Musik gibt es jetzt auch auf TikTok für euch. Einfach mal die App starten, DJ Hardfeelings suchen und dann zu meiner Mucke abgehen. Was ich euch mitteilen wollte, eigentlich hätte heute ein geiler Song von Helene Fischer kommen müssen. Ein geiles Cover, ich habe da sehr viel Arbeit in die Musik gesteckt und auch in das Musikvideo. Aber leider sagt Helene Fischer, nein, YouTube, wir möchten nur auf unserem Kanal Helene Fischer Songs. Deswegen hättet ihr den Song Dienstag nur sehen können, die Audio wäre gesperrt gewesen. Da habe ich mir überlegt, scheiße, was machst du jetzt? Und da habe ich mir überlegt, wir machen heute mal wieder einen Zaubertrick und damit herzlich willkommen zu Magic Fire. Denn heute mache ich für euch David Copperfield, berühmte Grandpas Aces. Und da habe ich mir überlegt, was ich mich nicht mehr an den Tag der 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 Tag. Amen. 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 Amen.